so dann sind wir wieder zurück in demetrius kapitel 2 rummel und gerangel so nachdem wir jetzt noch geschlafen haben wir wieder in unsere wohnung und wir haben ja die adresse von hektor genau wir haben jetzt neue orte entdeckt einmal den angelplatz und das haus dann der rummel der titel des kapitels so wir gehen jetzt einmal zur polizei der spruch ist echt geil stillen ist böse mord ist böse wir haben ja um zehn minuten termin bei dem ja egal hat kurz wie ein reihe aber das eis was wert oh ja der sieht auch so motiviert aus gewöhnlich schwer verbrechen genau das gleiche jetzt erzählt er eben das auch noch mal ja die halten ja für nützler ne ok vielleicht wenn ich wüsste wer ist ich weiß wer ist der name sektor zu bringen ich brauche mehr beweise ran holen das ist doch das zimmer ja nur ein haufen dokumente da hängen socke naja leg dich nicht mit uns an bürger manchmal was sogar zehn absurde nehmen gut darf ich jetzt mal austeien ist da um mir umzuhelfen achso alles klar da ist wieder ein keks das ist praktisch das war eine tafel da wäre bunny endlich die mutter joa sollen wir dann erstmal gehen oder ach guck mal ja der schläft da und nochmal ein keks jawoll ja finden wir noch was geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht, ich glaube dann gehen wir oder da wollen wir nochmal mit ihm quatschen ja komm hm schon lustig, dass er merkt, dass ich die beweise ran schaffen muss, damit er anfängt zu arbeiten nun gut dann können wir ja mal bei hektor nachsehen alles klar da geht's zum rummel wo ist denn hektors haus da guck mal hexenhaus und händler und geräte das nochmal steht auf dem kild ok was klagt bitte keine presse drauf ja die hölle so was haben wir da noch blünchtkeks ja da können wir nichts machen schön ein kleiner regenwurm besonderer ding ja so landes an meiner angel ich finde es da ist gewiss getönt, man kann ihn aussehen aber nicht hinein ok was haben wir da noch so und wieder ein keks im lüft und schacht ist klar da rauskommt ok also da wollen wir schimmeln und verfaulten eiern so banditen können sich gut ok naja war da noch irgendwo was ne klappe ja aber ich kann die klappe nicht mit dem finger entfernen na gut wollen wir mal klopfen voll voll was wollen sie oh Gott ja dann versuchen wir mal unser Glück wir mal putzen Nummer 1 in Frankreich ich will nein ich bin nicht interessiert noch nicht unsere Produkte gehen sie zum Nachbarn die Putzen gerne hehehehe extra für ihre Toilette werden sie jetzt wird er ungemütlich raus im Moment geben wir 50% Rabatt weg sonst und was willst du we tun so böse Junge holt deine Waffe raus so tickst du wohl was ein widerlich ich schwöre es ist nicht zufrieden hehehe und ich hab's wieder verkackt roh in Frieden hehehe so auf ein neues oh joh wieder das Knatsche des Tisches soo was sind wir dran als Reporter mein Name ist Robert Reißer Raubüberfall von von gestern das steht in einer Zeitung auf der ersten Seite wir haben Bruder ausgeraubt kurz nachdem er nie davon gehört was ja und deswegen bin ich hier sie haben es getan oder was zur Hölle verschwinden sie das ist jetzt zu getörig dass ich niemand verrate mehr oder weniger können wir darüber reden ne fuck up zum zweiten mal hm 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 den genau Student um die Beziehung von alleinstehenden Männern mit anderen Leuten zu aber ich habe keine Zeit also lassen sie mich das mal aufschreiben aus soziale Denkweise räumt ein Goldfischhör auf hier sie verschwenden meine Zeit im Dreck um meine Fragen und was ist mit ihm äh ich ein Gauner der mich neulich in der Nacht bußt jetzt provoziert er ihn wieder wir haben sie mich gefunden ich werde wohl schon wieder verkackt he 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 ja und wie muss ich dem doch also ich bin lass doch alles über die Waden nicht lange um den heißen Brei reden ich weiß alles über sie und ihre Taten das kommt ihnen bekannt vor oder? ah es wird sie eben ab zittert sie warten nur darauf sie wenn sie mir jetzt sofort die Wahrheit sagen dann fällt das Urteil vielleicht ja ok ich ich und erschien nun das und wieder tot ja so kommen wir nicht weiter so ich bin das haben wir alles schon haben wir alles schon ich sag nochmal die Wahl ah da wo sitzt sie äh ok der gleiche Text von eben und schieß nimm das jo ich denke wir werden da irgendwas brauchen das klappt so nicht verlassen umso besser hm ich konnte nicht anders das ist so unheimlich im Fall einen Weg finden mich zu rächen sobald sich ich mir Hilfe suchen hm Hilfe ja na gut lass uns mal zum Angelplatz was haben wir hier? keine Zeit am Strand habe ich keine Zeit am Strand herum zu laufen hehehehe guck mal ach guck mal Akeks Ende Würmers hm was machst du da? du stilzt meine wertvolle Flasche rum das ist meine schau hin oh jetzt wo du es erwähnst naja ich habe eine Idee ich gebe sie dir mal wenn du heute einen Fisch fängst ich habe noch nie gesehen dass du einen gefangen hast hey ich habe noch ein bisschen Pech ja komm da das Mangeln so alles klar gucken wir mal das war gar nicht so einfach du musst du immer hier ja genau da liegen ja auch so viele Sachen ach guck mal eine Minster na jetzt haben wir sie verloren na man muss halt äh so lange auswerfen und dann naja so nicht und jetzt fallen lassen wir müssen ja an den Fisch und jetzt raus jawoll naja na glückstag Schatz du hast sie verdient warum die Flasche ist doch nicht die äh was ist denn war das ist ekelig uahhh eine Flasche voller ihn so dann lass uns mal den Rest hier noch rausholen wir haben ja hier noch Münzen damals Münzen sind das glaube ich das war zu schnell guck mal den Kreml die guck mal den Kreml die jawoll neiiiin raucht. Ne, das war mal nix. Naja, da unten liegt ja auch noch was. Und da fällt es wieder runter. Ja, das wäre natürlich doof. Schau, vielleicht kriegen wir mal den kleinen Fisch. Ah, guck mal, eine Münze. Die könnte nützlich werden. Ja, das war jetzt mal nicht so besonders gut. Mal schauen. Ja, mal gucken. Ah, jetzt habe ich da einen Fisch dran. Ich glaube, es war nichts ausgeschraubt, die müssen. Später wieder ins Wasser. Super. Jawohl, ich möchte die Maus. Gib mir bitte die Maus. Nee. Aber noch schon wieder einen Fisch. Vielleicht haben wir alles draußen. Bis auf die Maus. Gar nicht so einfach. Ist ganz schön tricky. Na. Sondern ich will ja jetzt auch nicht die Münze, sondern ich will ja auch die Maus. Jawohl. Super. Und jetzt holen wir uns noch die Münzen. Da haben wir ja. Und hier unten die Gaune. Na los. Komm, komm, komm. Jawohl. Und, und, und. Ja. Ja, und so weiter wir schlagen und so. Ne. Dann nehmen wir erst die da unten. Und dann probieren wir gleich nochmal die rechts. Das ist ganz praktisch. Wegen dem Jahrmarkt. So. Alles draußen. Jawohl. Ja. Warum ich nicht angehe. So. Okay. Dann gucken wir mal, was hier noch so ist. Teichne. Auf Wikipedia. Ja. Ja. Mich lustig macht, sagt er. Ja. Okay. Das ist wohl nicht. Die Leute sagen Bienenstern. Maus. So. Wie oft gesehen. Vielleicht sind da Leichen drin. Ja, man weiß es nicht. Bleibst du kurz alles mit mir? Tut mir leid, aber ich habe viel zu tun. Ah. Okay. Man, das ist einfach falsch. Hättest du nur tot sein müssen. Mal schauen. Komisch, ne? Der andere ist tot, denn er hat es überlebt. Ja, wahrscheinlich, weil.. ...derjenige... Also, ich... Meine aktuelle Vermutung ist, das der Kumpel von ihm was.. ...was damit zu tun hat. Und er auch nur noch lebt, weil der Kumpel das ist. Weitere Beweise. Na ja. Nein, nicht viel Fortschritt, da war ich nicht darauf gestanden, ihm zur Rede zu stellen. Ok, er möchte etwas Zeit zum Nachdenken. Warte mal kurz, selbst dazu trinkst du es auch zu klar, es ist gerade jemand, der er eilt. Verkleiden. Hä, schön wieder. Ja, wenn das mit mir geht, ne, als Polizist. Wollen wir mal schauen. Wie du Kopf hast, nein. Ich helfe dir. Außer Bull, was du noch getan hast. Ok, ein Aufnahmegerät, was noch? Komm, wie ich auf der Besagung war. Das Steinleiter verlassen hat. Ich glaube, ich muss ja die große Hilfe. Verkleidung und Zeug. Tolle Bezeichnung, Verkleidung und Zeug. Gucken wir mal. Da. Aber wir brauchen schon einiges, ne? Fünf Teile zu verkleiden, drei Teile für die Beweise. Na, da haben wir doch ein bisschen was vor uns. Na, da wird es wohl nichts mehr geben. Na, dann werden wir wohl erstmal raus hier. Vielleicht gehen wir mal zum Jahrmarkt in der nächsten Folge. Na, ich danke euch. So, ich ведь bis zu weit. Bis zum nächsten Mal.